Kurs auf Bachweg Trehl-Goserbach-Stause 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 Brücke über den Zufluss des Goser-Stausees Trehl-Goserbach-Stause 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 objective der Athen 4. Räkkuusossi Die wunderschöne alte Gosauseestraße Die wunderschöne alte Gosause Die wunderschöne alte Gosause Anstieg zur Ebenalm 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 Blick auf den Gabelkugel, der zwischen den beiden Gosarseen liegt. Drill zur Ebenalm. 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 Vielen Dank. Applaus 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 Lockenmoos Rosalm Applaus Strähnhag 1502 Meter Dahinter der Blas Applaus Spannungs Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank. Auf 900 Meter nimmt man meist den rechten Weg zum Waldbachstrom. Wasserfall Waldbach-Strupp Brücke über den Oberlauf des Waldbachstroms. Untertitelung des ZDF, 2020 Vorne die Brücke über den Waldbachstrom. Wasserfall. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallstatt Der Waldbach, der vom Waldbach-Strupp herunterkommt. Die Hallstatt-Seepromenade der Waldbach-Strupp herunterkommt. Die Hallstatt der Waldbach-Strupp herunterkommt. Die Hallstatt-Seepromenade der Waldbach-Strupp herunterkommt. Die Hallstatt der Waldbach-Strupp der Waldbach-Strupp herunterkommt. Die Hallstatt der Waldbach-Strupp der Waldbach-Strupp der Waldbach-Strupp der Waldbach-Strupp der Waldbach-Strupp hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Passgeschütztrail. 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 Klaushof 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 Fahrt durch den Märchenwald Klaushof 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 Klaushof